Hallo und willkommen zu Folge 30 Meerschweinchen Gehege bauen. Heute eine neue Folge Meerschweinchen Häuschen bauen. Ja, da habe ich wieder ein Restbrett. Das zersäge ich wieder in 20, 20 und 30 und dann geht das los. Ja, soweit wäre ich dann. Und was war jetzt noch mal der nächste Schritt? Die erste Seitentür. Da gucke ich erst mal in Ruhe, welches Brett ich nehme. So sieht es jetzt aus. Ja, soweit bin ich jetzt. Und jetzt mache ich hier wieder das 11 Zentimeter Eingangstor. Ja, da bin ich auch schon fertig und heute genau zwei Stunden glatt. Ja, ich werde immer schneller, je öfter ich das baue. Und ja, das ist auch sieht auch wieder ziemlich stabil und gut aus. Fast hier alles komplett. Alles schön. Und ja, dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Ja, ich habe einfach weniger gefilmt oft und dann habe ich einfach hintereinander weggebaut.